Buschkraft Tirol So, hi Leute! Hier ist wieder Buschkraft Tirol Ich würde mich freuen, wenn ihr heute wieder mitkommen ein bisschen in die Natur aussieht Ich bin heute mit meiner Tochter unterwegs wieder einmal in der Silvschlucht Mal schauen die Quillen fein haben die Natur einfach genießen ja meine Tochter schadet sich ja 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 ich ja 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 Vielen Dank. Ich habe jetzt eine kleine Kletterpartie gehabt. So, jetzt sind wir am Lagerplatz angekommen, endlich. Superschön ist da, gerade beim Feuerholz sammeln, jetzt wird unser Lagerplatz. Jetzt bauen wir alles auf und dann sehen wir uns wieder. Gut, jetzt brauche ich gleich noch schön drücken. Ja, ja. Ja, voll. Treffen. Zielen. Zielen. Ich bin Hunger. Oh, jetzt? Fast. Jetzt heißt es gleich. Ja, ja. Probieren wir mit in die Zielen. Hatte ich mal die Sitzfeuerer sagen können? Ja. Probieren. Probieren wir ganz fest. Ja. Genau. Ja, siehst du? Ah, Feuer! Warte, warte, warte. Lass umbrennen. Feuer! Bravo, Kathi! Komm. Komm! 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 Aufpassen! Geh beide hoch da! Richtige Buschkräfterin! Super! Geh beide hoch da! Untertitelung des ZDF, 2020 Wahnsinn. Welt. Schön, gell? Nicht um hier am Obermeerräumen. Wie sieht's denn aus? Warte! Der Tag ist vorbei, weil wir es wieder sauber hinterlassen. Jetzt wir geht's ab, kein Klasse. Jetzt wird an der Baum schon mal überqueren und nach der Ari und dann ist er weg. Okay. Okay, wir checken einen schönen Tag. Ruhig, Kraft, Tirol. Tschüss. 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 Tschüss.